Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und ich blicke, wir haben Ende September, ich blicke auf den September 2020 zurück und überlege, was SAP lernen kann von der Zusammenarbeit zwischen IKEA und Lego. Ja, am 1.10. soll zusammenwachsen, was zusammengehört. Ich meine nicht das Jubiläum der Deutschen Einheit, sondern es geht um ja eine Zusammenarbeit zwischen IKEA und Lego. Die haben nämlich eine neue Aufbewahrungskollektion herausgebracht mit dem Titel Bückleck, B-Y-G-G-L-E-K, gibt es ab 1.10. bei IKEA zu kaufen. Ja, und die Idee ist, dass man in diesen Boxen mit Lego spielen kann, beziehungsweise an die Boxen ranbauen kann und aufbauen kann. Ja, die offiziellen Produktbilder, die IKEA und Lego da rausgebracht haben, die zeigen natürlich eher so jetzt die Perspektive von Kinderzimmern und das Einsatzgebiet. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass schon eine ganze Menge von Lego-Enthusiasten und Hardcore-Fans überlegen, was sie denn jetzt mit diesen Boxen anstellen können und wie sie ihr KI-Projekt da weiterbringen können, dass das einerseits schön im Regal aussieht und auf der anderen Seite ja möglichst viele Raspberry Pis reinpassen, damit man da sein Cluster dann vervollständigen kann. Ohne bohren und hämmern eine Integration zwischen SAP-Systemen hinzubekommen, das würde sich auch so mancher Basis-Admin wünschen. Wenn ich da zurückblicke auf diesen Monat, ich habe in einer Session zum Beispiel die Integration zwischen SuccessFactors, SAP Cloud Platform Integration, dem Cloud Connector, einem SAP Web-Dispatcher und einem SAP HCM-System entstören dürfen und 50% der Zeit war erstmal herauszufinden, wer hier eigentlich mit wem zu welchem Zeitpunkt spricht und die anderen 50% war die Aufgabe, irgendwie aus dem HCM-System den richtigen Link und die richtige URL herauszukitzeln von dem Webservice, der da in dieser Situation angesprochen worden ist. Das war weit weg von kinderleichter Integration. Ich verstehe einfach nicht, warum es da nicht möglich ist, so eine Art Discovery-Service reinzumachen, also ein Service-Finder, der automatisch mir den Service entdeckt und mir zum Beispiel im SuccessFactors einfach als Dropdown anbietet, sodass ich also nicht gezwungen bin, irgendwelche Strings in irgendwelche Integrationsplattformen reinzuwerfen. Es gibt auch Beispiele, die viel näher an der einfachen Zugänglichkeit der Lego-IKEA-Box sind. Wenn ich mir zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen SAP und Microsoft ansehe, dann sieht das irgendwie ganz anders aus. Ich kann innerhalb von fünf Minuten dafür sorgen, dass ich SAP-Cloud-Plattform-Produkte gegen Azure AD authentifizieren kann. Wie ist das möglich? Es gibt eine entsprechende Enterprise-App in Azure AD, die ich konfigurieren kann, die meinen Identity-Authentication-Service von SAP anbindet. Das Ganze ist in der App aktiviert, ganz leicht konfiguriert, geht rucki-zucki und funktioniert dann. Also das ist mal ein Beispiel für eine gelungene Integration zwischen zwei Herstellern. Ja gut, jetzt kann man natürlich sagen, auch zu Recht ein bisschen Kritik äußern, dass das Äpfel mit Birnen verglichen ist, weil das eine war ja jetzt ein Beispiel, hier das mit dem HCM und dem SuccessFactors, wo die Cloud mit On-Premise reden muss und das andere war ein Cloud-zu-Cloud-Szenario. Sage ich aus Sicht der Anwender ist es kein Unterschied. Die wollen einfach nur, dass sie ihre Services benutzen können und dass das passiert, was immer versprochen wird, nämlich alles ist integriert. Vielleicht könnte man ja in Waldorf auch einfach mal aufhören, so zu tun, dass alles automatisch integriert ist in dem Moment, wo es eine veröffentlichte API hat. Denn das ist das, was im Moment passiert. Ich kann mir über den Business Hub irgendwelche APIs ansehen von der SAP und es wird erwartet, dass dann die Leute das irgendwie auf der Cloud-Plattform-Integration irgendwie herausfummeln. Aber auf der anderen Seite ist mit anderen Herstellern eine viel einfachere Integration möglich. Da wäre mal die Überlegung, ob nicht SAP hingehen kann und so Produkte wie SuccessFactors vielleicht einen Ticken so behandeln würden, wie sie das strategische, globale Produkt eines anderen Herstellers behandeln würden, nämlich zum Beispiel Azure AD. Also das würde den Produkten im Hause SAP sicherlich gut tun und vielleicht die Integration dann auch ebenfalls so leicht machen. Bevor wir mit so negativen Vibes jetzt hier rausgehen, noch mal kurz zu Bückleck, also dieser IKEA-Lego-Aufbewahrungsbox. Also vielleicht diese Aufbewahrungsbox hat noch einen angenehmen Nebeneffekt, der einem vielleicht im Homeoffice noch weiterhelfen kann. Denn in Zeiten, wo jetzt ja wahrscheinlich die meisten mittlerweile auch mal auf E-Books umgestiegen sind, ist es gar nicht mehr so einfach, ein interessantes, intelligent wirkendes Hintergrund-Buchregal zu füllen. Wie soll man die E-Books da irgendwie positionieren, die man ja tatsächlich dann auch gelesen hat? Da könnte tatsächlich Bückleck von IKEA und Lego helfen, einen etwas interessanteren Hintergrund in das Regal zu zaubern und da die vielleicht schon staubenden, leeren Regalfächer zu füllen. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ja, im September sind wieder einige interessante Inhalte entstanden. Besonders Hinweise möchte ich auf unsere aktuell laufenden Webinare, einmal zum Thema Berechtigung und zum Thema Solution Manager. Also da unbedingt mal reingucken. Wir veranstalten die auch später nochmal. Also gegebenenfalls dann tragt euch da ein, damit ihr über aktuelle Webinare informiert werdet. Und schaut auf jeden Fall in die anderen Beiträge, die wir so gesammelt haben im Laufe des Monats. Und ja, wie immer, wenn ihr was vermisst, wenn ihr noch Vorschläge habt, wie wir was besser machen können oder ihr sagt, boah, das war jetzt hilfreich, dann freuen wir uns immer über Feedback an harmes.rz10.de Und wenn ihr sagt, Mensch, das war ja mal brauchbar oder das hat mir weitergeholfen, freuen wir uns immer auch über eine Empfehlung und ein Abo und ein Like. Ihr kennt das ja. Ja, dann macht es gut. Bis demnächst. Auf unserem Kanal gibt es noch viele weitere Videos zum Thema SAP Basis und Security. Wenn ihr einen Themenwunsch habt, könnt ihr den gerne hier unter dem Video in die Kommentare schreiben. Ansonsten folgt uns gerne auf YouTube hier oder in den sozialen Netzwerken bei Twitter und Instagram. Bis dahin. Bis dahin.